Heuballen in Brand gesetzt Rund 8000 Euro Dachschaden entstanden bei einem Heuballenbrand am Montagabend auf einem Feld hinter den Sportanlagen im Bereich der Lehenstraße. Zeugen bemerkten kurz nach 22 Uhr die brennenden Heuballen und verständigten die Einsatzkräfte. Beim Eintreffen der Feuerwehr befanden sich etwa 100 Heuballen bereits im Vollbrand. Neben dem Tierfutter wurde noch ein Mähwerk sowie ein Pferdeanhänger, welcher in der Nähe der Heuballen abgestanden war, beschädigt. Nach ersten Erkenntnissen könnte es sich um Brandstiftung handeln, so das Polizeipräsidium Ahlen. Es ist ein Mähwerkwoman, aber es ist tatsächlich ein Messe. Aber das ist keine Ahlen hier, was ich für den Köln des Drehtsrauch des Landeses. Detaugierungen sind immer noch ein Mähler, zu dem Charfunz des Drehtsrauch des Drehtsrauch. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR